Das kann doch nicht wahr sein. Oh. Das war auch doof. Ich sollte vielleicht schleichen und dann erstmal den ersten zerstören. So, jetzt baue ich meine Mana. Mana. So. Speichern. Feststell-Taste gedrückt. Wie viele Wat-Türen hier unterwegs sind? Das gibt es ja kaum. Ruinenheldes-Bollwerks. Da geht's wieder raus. Warte mal, jetzt sind wir hier. Bin ich jetzt doof und wir sind einmal im Kreis gelaufen? Ne, ne, ne. Oder? Doch, wir sind einmal im Kreis gelaufen. Oh. Ach, ne. Wildsmagier, Kapuze, Gesellenbuch, Leichtdurstung, Mondstein, Ernst. Boah, hier gibt es so viel geiles Zeug. Weil ich einfach nicht alles mitnehmen kann. Hm. Ohne Kriegs-Axt. Ohne Schwert. Ne. Stab des Feuerbeins. Stab des Feuerbeins. Hier ist noch eine Truhe. Unsichtbarkeitstank. Oh. Da oben ist noch einer. Toll, fett. Ne Eisenpranke. Augen des Nordens. Boah, was es hier alles an geilen Scheiß gibt, ne. Ich fürchte. Ah, die habe ich ja schon. Wow. Nein. Weg hier. Weg hier. Ich habe nicht gespeichert. Ich bin ein Idiot. Stopp. Ich bin ein Idiot. Ich bin so ein Idiot. Gut, gut. Alles in Ordnung. Speichern. Hu, hu, hu. Eisenherz abbauen. Ah, was es hier alles an geilen Zeug gibt, man. Was gibt es denn hier noch für Zeug? Hier bin ich gerade. Buch eines unbekannten Reisenden. Einzelteile. Einzelteile. Warte mal. Okay. Das bedeutet, ich habe jetzt alles gesehen. Ich muss jetzt wieder zurück. Ich würde sagen, ich gehe nochmal zurück. Ich gehe mal ins Torf, bevor ich mich da zu dieser Höhle begebe. Und... Ich rüsste mich nochmal vorher richtig aus. Aber ich habe ja auch noch... Nein, ich möchte die Weltkarte. Boah, das ist so ein Scheiß, dass man hier sich nicht... Ich kann einfach keinen Zielort festlegen. Ich kann einfach keinen Zielort festlegen. Weil Zielort M1 ist. Es kann doch nicht wahr sein, ne. Tut mir leid. Ich würde sagen, ich beende hier mal kurz und kümmere mich mal darum, dass es weniger ruckelt. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Das geht doch gar nicht. Ich weiß nicht warum, aber das geht gerade. Nee. Die kann ich auch nicht tragen. Ah, wisst ihr was? Teleportiere mich einfach nach Ark. Äh... Ja. Ja. Schön. Weg hier. Ich weiß nicht, was ich gemacht habe. Auf jeden Fall ist irgendwas... Ziemlich, ziemlich schrecklich. Und... Ich weiß nicht, was es ist. Und es ist auf jeden Fall da. Entweder die Gebiete sind nicht optimiert. Oder ich habe Probleme mit den Gebieten. Aber hier habe ich auch das Problem. Wissensdurstig nach magischen Geheimnissen? Ich habe Bücher, Schriftreise, Tränke, alles für den Freund der wegestreuen Mati. Ich habe irgendwas... Ah, ich habe irgendwas mit, äh... Probleme mit weiten Einstellungen. Also irgendwas rendere ich, was ich nicht rendern muss. Ähm, ich kümmere mich drum. Und wir sehen uns wieder. Bis zum nächsten Mal. Tut mir leid. So, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Enderal. Und es hat funktioniert. Es läuft wieder alles. Wunderschön. So, und... Ich habe hier jede Menge Zeug. Preise um 5 Minuten, äh, 5% besser schleichen. Gut, ja. Magie-Resistenz. Ja... Nichts gegen, äh... Elementar-Zauber. Liebes-Tunika. Hm. Ein Gold-Diadem. Was habe ich denn aktuell an? So, die Ab... Achso, sie sind kaputt. Gut. Dann, ähm... Schleichen ist 12% effektiver. Brauche ich nicht. Lockt 11% Schaden mehr mit einem Schild. Brauche ich nicht. Brauche ich auch nicht. Hört man um 17 Punkte. Brauche ich auch nicht. Das bedeutet... Ich gehe jetzt Sachen verkaufen. Und zwar viele Sachen. Ja? Nein, sie ist nur zum Bestauen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Äh, genau. Verkaufen. Und zwar... Ruinenbogen. Runen-Deutsch. Runenschwert. 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 Silberschwert. Silberstahlbogen. Hm. Nein. Den behalte ich. Flammenzorns. Ja. Spitzack. Nicht-Wegens-Dorf. Verbessert. So. Nein, sie ist nur zum Bestauen hier. Sagt, was ihr braucht und macht schnell. Das Ding habe ich schon mal. Jetzt brauche ich natürlich... Ah, 350 bringt die. 130. 260. 105. Ach ja. Gesellenbruch-Leichte-Rüstung. Handwerkskunst. Ne. So. Schreitet wohl. Immerhin habe ich jetzt ein bisschen was. Ich kann doch Sachen um mehr verbessern. Das ist doch cool. Warte mal. Was habe ich denn jetzt gerade verbessert? Gäbishandschuhe auf Edel. Okay. Gut, gut. Dann, ähm... Lasst mich mal so gucken, was ich hier so basteln kann. Gold-Amulette. Sternlingsgroßschwerte. Ähm, ach ja. Genau. Was ich noch machen muss, ist... In die fremden Viertel gehen. War das in den fremden Viertel? Ich meine, es war in den fremden Viertel. Oh, wie smooth das jetzt alles ist. Nein, ist das nicht. Ein bisschen... Zeug machen. Komm schon. So.